ja performance of friends herzlich willkommen hier in unserem neuen video heute geht es um unsere neue farben in der vergangenheit war es öfter so dass viele gesagt haben hey ihr habt ja schon coole farben das sind so standard farben halt wie blau rot ja aber habt ihr auch andere farben und bisher mussten wir immer sagen nein also das ist alles was wir haben und deswegen hat uns das dazu bewegt zu sagen komm wir machen neue farben wir nehmen es neu ins programm mit auf und genau was für farben haben wir denn neu sprich wir haben türkis mint pink violett gold limette anthrazit grau floresierend so und das ist jetzt so langweilig wird hatte luki ein schönes video vorbereitet da kommt ihr hier ins spiel an der stelle luki das nächste mal so ein kleiner hinweis du johnny das ding ist frisch gestrichen wäre toll weil die farbe habe ich teilweise immer noch an meinen händen weil sie nicht weg kriegt da das ding ja frisch gestrichen ist vielen dank auch an der stelle an die maler firma wick hart und sohn die uns da unterstützt hat und geholfen hat und jetzt wie immer mit einem klick zum perfekten auftritt und luki haus raus ciao Das war's. 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 Ciao. Das war's. Das war's. Das war's.